Willkommen zurück, Jungs und Mädels. Heute schauen wir uns Profi-Rennen in einem Minecraft-Interview-Real-Life-Video vom Mini-Meet-Checker an. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, sondern fangen direkt an. Dieses Video ist für Zuschauer, die jegliche Erwartungen an dieses Video stellen, nicht geeignet. Erwartungen an ein Mini-Meet-Checker-Video? Naja, schauen wir mal rein. Bin gespannt, Leute. Old Generation zur MC-Szene. Okay, ich bin gespannt. Profi-Spieler im Interview. Was halten Sie derzeit von der Minecraft-Szene? Lange geküttelt, das Drecks-Game. Zu viel flammende Kiddies, die nur... Flammende Kiddies. Redußen können. Ich spiel jetzt Soap und baller die Fagg. Sie spielt einfach Seife. Ist Ihnen der YouTuber Lumpi bekannt? LOL, als ob er meine Frau... Als ob. Wie ich Lumpi gesehen, er stammt auf der Speisekarte unter Snacks. Dicke, ich werde einfach von so einem... Oh, man zerstört, man. Müssen wir nochmal angucken, hier. Warte, 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 warte. Er stammt auf der Speisekarte unter Snacks. Ihre Meinung... Moritz ist so ein Hurensohn, Alter. In der Minecraft-Community? Alles nur salzig und toxisch. Er rasiert die komplette Szene mit Zitterklinken. Warum habe ich erst Zitzenklinken gelesen? Oh, man, Alter. Kinder, die denken, dass sie das geben. Anders denken. Alle easy. Welche Apps? Ich habe null verstanden, was er sagt. Außer alles easy, Mann. Ich werde erst richtig happy, Mann. Bruder, komm, auch raus. Erinnerung haben Sie noch damals an die ESL-Zeit. Ich habe damals Bad Wars in schwarz-weiß gespielt. In schwarz-weiß gespielt, Alter. Ja, moin. Richtig süß Akzent. Ich glaube, es ist ein Niederländer. Sie kennen ja bestimmt das Format Minecraft-Witze. Hätten Sie vielleicht ein... Ein Zuppfächer wieder was mit mir hat, Mann. ...ein für uns verrat? Oh, ja. Bang. Junge. Witz habe ich auch. Treffen sich zwei Creeper im Keller, sagt der eine zum anderen, wollen wir hochgehen? Er hat halt die absolut besten Winze rausgesucht, Mann. Winfried, Alter, grüße gerne raus an dich. Aber freut mich, dass er lacht, Alter. Haben Sie schon mal in Minecraft gehackt? Ich bin schon seit 1965 nicht legit. Wie geil ist das denn? Profi-Rentner, Digga-Sein. Wann ist das denn? Profi-Rentner, Alter. Moritz, du Assi, ey. Sieh, das Gomma-Anti-Cheat. Ganze Anti-Cheats sind so... Ausland-CSA-Reporterin. Was hast du jetzt hier gesagt? So... Gänzer. Gänzer? Da geht jeder Atz durch. Atz durch. Jo, fast die Atzen gehen durch, Alter. Möchten Sie noch abschließend etwas sagen? Warum labert der denn schon? Bruder, Norbert, lass das. Mini-Checker. Deine Videos sind 100% Grinch. Norbert bringt's gut auf den Punkt. Grinch. Grinch. Wer kennt ihn nicht? Diesen Grinch, Alter. Grinch Hill, oder was? Jo, Leute, ich hoffe, dass es dir gefallen war. Mein allererstes Video in Richtung Real Life. Vielen Dank natürlich auch an die Rentner, die da mitgemacht haben. An die Rentner. Wer kennt ihn nicht, Leute? Kennt ihr nicht diesen Rentner, Mann? Oh mein Gott. Achso, das sind die Boys, die ihm geholfen haben, Mann. Mega gutes Video. Schaut euch auf jeden Fall rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Abo und ein Like natürlich da unten. Einen netten Kommentar wäre natürlich auch nice, wo ihr das erste Mal gelacht habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin bleibt der Lubi gerade rein. Und tschau.